Während klassische Automessen an Relevanz verlieren, erfreut sich die Consumer Electronics Show, kurz CES, steigender Beliebtheit. Mehr als 4.500 Aussteller präsentieren Innovationen und Technologiestudien. Rund 175.000 Besucher erwarten die Veranstalter. Längst sind auch die großen Autobauer und Zulieferer präsent in Las Vegas. Unsere sieben Highlights von der CES 2020, jetzt bei Die Sieben. Fakt Nummer 1. Fernsehverbot. Sony stellt überraschenderweise in Las Vegas keinen neuen High-End 32K-Fernseher oder etwa den Walkman der Zukunft vor, sondern ein eigenes Auto. Die Konzeptstudie Vision S. Optisch ähnelt dieser einer Kreuzung aus Porsche Taycan und Tesla Model 3. Dass Sony zukünftig als Automobilhersteller auftritt, ist eher unwahrscheinlich. Vielmehr lässt sich anhand eines kompletten Autos die verbaute Technik publikumswirksamer präsentieren. Konkret geht es besonders um die Punkte Sicherheits- und Unterhaltungselektronik. Um beide Themen für Fahrer und Passagiere gewinnbringend, wie komfortabel im Auto zu verbauen, nutzt Sony hauseigene Technik aus den Bereichen Sensorik, künstliche Intelligenz, Telekommunikation und Cloud-Anwendungen. So soll das System autonomes Fahren ermöglichen und bis Level 4 erweiterbar sein. Das ist eine Stufe unter dem Maximum, sprich vollautomatisiertem Fahren ohne Lenkrad und Pedale. Bei Level 4 des Vision S kann der Fahrer noch im Notfall die Kontrolle übernehmen. Ist das autonome Fahren aktiviert, soll das Entertainment genossen werden. Dabei hilft der große Panorama-Bildschirm vorne und die separaten Displays für die Fondpassagiere. Auch die Ohren kommen nicht zu kurz. Sony installiert das Soundkonzept 360 Reality Audio mit in die Sitze integrierten Lautsprechern. Beinahe Standard bei der Vorstellung moderner Fahrzeugstudien sind die permanente Online-Anbindung und der Verzicht auf Außenspiegel. Diese werden durch Kameras und Monitore ersetzt. Ebenso wenig überraschend ist der Antrieb. Es sind zwei Elektromaschinen mit einer Systemleistung von 536 PS, respektive 400 Kilowatt. Das soll für einen 0-100 Sprint in 4,8 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 240 kmh sorgen. Zur Reichweite des Allradlers schweigt man sich aus. Beim Bau des Vision S setzt Sony auf etablierte Kooperationspartner wie Magna Steyr sowie ZF, Continental und Bosch. Die entwickelte Plattform würde laut den Japanern auch andere Karosserieaufsätze von Coupé bis Minivan oder SUV zulassen. Ob der technische Unterbau dem Showcar vorbehalten bleibt oder in Zukunft bei Serienautos Verwendung findet, wird die Zeit zeigen. Fakt Nummer 2 Aus einer anderen Welt Wenn Hollywood Autos baut, dann sehen sie aus wie der Mercedes Vision AVTR oder kurz ausgesprochen Avatar. Denn zusammen mit Kultregisseur James Cameron ist die Sternstudie entstanden, die auf der CES in Las Vegas das Licht der Welt erblickt. Traditionell geben Studien ja einen Ausblick auf kommende Serienfahrzeuge. Und so ein bisschen zukünftiger CLS könnte in der Studie enthalten sein. Auffällig außen, die kugelförmigen Räder und die 33 Flaps am Heck. Diese sind in alle Richtungen beweglich, erhöhen bei Bedarf den Abtrieb und kommunizieren mit der Umwelt. Dazu kommen mehr als 20.000 LEDs, sodass im Avatar keine Ecke unbeleuchtet bleibt. Auch im Fahrzeug ist es spacig. Kein Lenkrad, sondern nur ein Joypad in der Mitte dient als haptische Verbindung zwischen Auto und Insassen. Und die reisen mit einem guten Gewissen. Die Batterien enthalten keine seltenen Erden- oder Metalle. Zudem besteht der Fahrzeugboden aus schnell nachwachsendem Holz und die Sitze aus recyceltem Plastik. Klingt alles sehr nach Zukunft. Wie viel davon dann in kommenden Serienfahrzeugen landet, bleibt wie immer abzuwarten. Fakt Nummer 3 Kampfpreis Der Automobilhersteller Fisker aus Kalifornien stellt in der Stadt des Glücksspiels einen Elektro-SUV vor. Fisker Ocean nennt er sich und trägt den Namen des Designers. Henrik Fisker, der schon für Aston Martin und BMW tätig war. Mit dem 80 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Akku soll der gut 4,60 Meter lange Stromer 480 Kilometer weit kommen. Die beiden E-Motoren an Vorder- und Hinterachse bringen die Kraft an alle Räder. Eine Variante mit Hinterradantrieb soll noch folgen. Das Dach ist mit Solarpanelen bestückt, welche die Batterie unterwegs mit Strom versorgen. 1600 Kilometer sollen so pro Jahr ohne das Laden an einer Steckdose zurückgelegt werden können. Fisker sieht für den Ocean ein Abo-Modell vor. Nach einer Anzahlung von 3.000 US-Dollar kostet der Wagenkunden 379 Dollar monatlich, inklusive Service und Wartung. Für vergleichsweise günstige 37.500 Dollar soll es den SUV aber auch normal zu kaufen geben. Besonderheiten gibt es auch im Interieur. Es ist aus veganen und zum Teil recycelbaren Materialien gefertigt. Mit dem California-Mode können per Knopfdruck alle Fenster inklusive Heckscheibe und Schiebedach geöffnet werden. Außen sorgen weitausgestellte Radhäuser, bewohnt von 22 Zöllern, für ein wuchtiges Auftreten. Im Showroom wird der SUV erst Ende 2021 zu sehen sein, 2022 dann auf der Straße. Fakt Nummer 4. Für alle Fälle A-Me. Auch Audi legt in Las Vegas die Technologiekarten auf den Tisch. Zwar haben die Ingolstädter mit dem A-Me eine bereits bekannte Studie im Gepäck, aber diesmal dürfen wir mitfahren. Sind moderne Autos oft mit zahlreichen Touchscreens bestückt und kommen ohne Knöpfe aus, heißt es im A-Me nur gucken, nicht anfassen. Das riesige Display wird nämlich über Eye-Tracking bedient. Kameras erkennen, auf welchen Menüpunkt der Fahrer oder Beifahrer schaut. Dieser wird hervorgehoben und über ein Touchpad in der Tür bestätigt. Ein bisschen Touch bleibt also. Hat man den Menüpunkt Wellbeing anvisiert und ausgewählt, kann man sich während der Fahrt Essen bestellen. Pünktlich zum Ende der Tour wird dieses dann an die Autotür geliefert. Fakt Nummer 5. Ruhe bitte. Ob Verbrenner oder Elektro, leiser geht's immer. Das dachte sich auch Nissan und produzierte einen neuen Dämmstoff für Fahrzeuge, sogenanntes Metamaterial. Dieses setzt sich aus einer Kunststofffolie und einer Gitterstruktur zusammen und soll Luftvibrationen senken. Geräusche im Frequenzbereich von Straßen- bis Motorenlärm sollen so deutlich reduziert werden. Ein netter Nebeneffekt ist das geringe Gewicht, das nur ein Viertel vergleichbarer Gummimatten beträgt. So profitieren auch Verbrauch, Agilität und Verschleiß vom Metamaterial. Daher wären auch verbesserte Schallisolierungen für Sportwagen und der Effizienz verschriebenen Autos möglich, die besonders auf ihre Linie achten. Für die Massenproduktion tauge der neue Werkstoff laut Nissan mindestens so gut wie der bislang verwendete. Fakt Nummer 6. Wohnzimmer auf Rädern. Dem Trend siebensitziger SUV entgegen, zeigt BMW die Studie i3 Urban Suite. Von außen ein gewöhnlicher i3 offenbart sich das Geheimnis beim Öffnen der Türen. Der Urban Suite ist ein Zweisitzer mit Zweiklassengesellschaft. Denn der Beifahrer genießt im kompakten BMW maximale Beinfreiheit. Darüber hinaus darf er es sich dabei auf den großzügig einstellbaren Komfortsitzen sehr bequem machen. Passend dazu fährt auf Knopfdruck eine weiche Stütze unter die geplagten Beine. Das reicht den Bayern jedoch noch nicht. Ein Bildschirm fährt auf Wunsch aus dem Dachhimmel und sorgt für zielgerichtete Unterhaltung. Gesteuert via Smartphone und App. Über diese ließe sich so ein behagliches Single-Taxi auch bestellen. Inklusive der Auswahl an vorgewärmten oder vorgekühlten Getränken. Denn beides sind die Cupholder zu leisten imstande. Im anheimelnden Kokon sorgen eine Tischleuchte, nebst Platz für diverse Utensilien, für ein weiteres Plus an Aufgeräumtheit und Wohnzimmeratmosphäre. In der Studie i3 Urban Suite kann nur ein einziger Passagier im Bequemlichkeitsluxus schwelgen. Laut BMW soll in Zukunft aber das Konzept auch in größeren Fahrzeugen anwendbar sein. Geteiltes Genießen ist doch oft Doppeltes Genießen. Fakt Nummer 7. CES Skurril. Innovative Lösungen zur Mobilität, besonders effiziente Raumkonzepte, All das sieht man auch bei zahlreichen Studien auf klassischen Automessen. Und so geht Toyota auf der CES noch einen Schritt weiter. Die Japaner präsentieren den Prototypen einer ganzen Stadt. In dieser sind autonome Autos, sowie die Gebäude und Menschen miteinander vernetzt. Roboter und künstliche Intelligenz sollen das Leben erleichtern. Wem denn eigentlich? Na den Bewohnern. Die Stadt soll nämlich ab 2021 tatsächlich in Japan auf einer Fläche von über 70 Hektar gebaut werden. In eine derart futuristische Stadt würden auch Lufttaxis gut passen, sagt ihr. Hyundai kann helfen. Die Südkoreaner entwickeln nämlich ein solches in Kooperation mit Uber. SA1 heißt das elektrisch angetriebene Fluggerät. Es kann senkrecht starten und landen. Bei einer Flughöhe von 300 bis 600 Meter sollen bis zu 290 kmh Spitzengeschwindigkeit drin sein. Neben dem Piloten finden in der Fahrgastzelle von morgen bis zu 4 Passagiere Platz und fliegen lokal emissionsfrei von der Disco nach Hause. Eine skurrile Vorstellung, die, wenn es nach Uber geht, schon 2023 Realität wird. Etwas weniger spektakulär, aber dafür schon jetzt praktikabel, das Selbstladesystem von Galplag. Fährt der Besitzer seinen mit dem System ausgerüsteten Plug-in-Hybriden an die Ladestation, fährt automatisch der Stecker aus, findet magnetisch sein Ziel und, siehe da, er lädt. Es geht also doch. Studien zufolge werden nämlich die weitaus meisten Plug-in-Hybride größtenteils mit Benzin betrieben und nicht aufgeladen. Das ist weder gut für den dauerhaft tief entladenen Akku, noch für die auf dem Papier gute Umweltbilanz. Und so knöpft sich Galplag die faulsten unter den Einsteck-Hybrid-Fahrern vor und liefert eine praktische Alternative. Das waren unsere 7 CES-Highlights mit automobilem Bezug. Auf welche Innovationen freut ihr euch am meisten? Was haltet ihr von der CES allgemein? Werden solche Messen den klassischen Autoshows den Rang ablaufen? Wir freuen uns auf eine friedliche Diskussion unter dem Video. Ach ja, falls es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen.